Ossentiert hat das hat der Tate 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 Tate. Kau ran! Wir schlagen uns den Bauch voll, bis wir explodiieren! Mein Gut! Das war ein Klicker. Nein, das war kein Klicker, das war ein Ranner. Ne, ja, aber, ja, aber, aber ihr, jetzt, jetzt, jetzt reicht's mir.. Oh, jetzt kommt er so Bode, mein... Ronald McDonald oder Kolonel Sanders Kolonel Sanders Aha, genau Dude, come on! Ja, nimm's! Hast du einfach vergessen, dass du das nur schnellst? Ich steh auf King Sombra! Ja, komm, explodier dein Gesicht! McDonalds, McDonalds, Kentucky Fried Chicken und der Pizza Hut! McDonalds, McDonalds, Kentucky Fried Chicken und der Pizza Hut! Läuft er wirklich schon in... Ich springe uns aus dem Fenster! Wow! Okay, beenden wir's! Hier hast du dein Wechselgeld! Na komm, ich will dem Henry ein Geschenk mitbringen! Der rauf mit dir! Oh! NARATO! 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 Fortgeschritten! NARATO! 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 政 полist, die die Rache, die Rache Gottes. Ha! Wamm! Zwei mit einem, mit einer Stange. Nein, nicht mal der Boli, nicht. Ach, dem... Es ist kein geringerer als Narrato höchstselbst. Das sieht aus wie ein Bleistift, oder? Und schmeckt auch so. Aber? Es sind Filzstifte. Ja, Pablo, komm jetzt, mach das. Du gehst zudem den Taunix, ja, und dann, wuch! Das fliegt dir färbel weg, du kriegst uurangst. Bist du wahnsinnig. Ich geht los. Voll Banane. Das ist das Spiel. Ah, der ist ein Cashball. Ha! Jetzt hast du goldene Leben. Gold, gelb, gold, gelb, gold, gelb, gold. Nein. Nur die Hochnäsigen sagen Gold. Die Bodenständigen sagen Gelb. Ist okay. Ah, was ist das los, und du rennst schon runter. Was mit achtungfertig Feuer passiert, hm? Mein Schiff sitzt. So, und jetzt kommt der Goldring dazu. Und jetzt der Stoff. Und jetzt du musst ein bisschen durchkneten. Da zieh ihn an, und schub. Kasten mit Rarity Blüschi. Wie ist das, das im Schiff. Da schub. Wie sieht die Hochnäsigen? Der hat auch was für ein Schiff. Der hat ja nicht ausgesagt, weil ich ruhig, wie ist das, was? Ich bin nur so, das ist das. Das ist das jetzt, das ist das Wart man nicht. Oder was? Ha, 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 ha. in die Hand jedenfalls haben wir dann in einem Beutel sein hat der Fakt der Feier von Nenner Trainingsbücher Koffer Comics das wenn er auch da da bin ich in die Lüste gegangen der Sapper Locken auf dem Markt der Stilz der Nächste ja ich bin wenn die Zeit wird ich glaube es wird ich glaube du musst sprechen das auch eine gespaltene Persönlichkeit und Schöpfe der Fall ist ein hat nun vergleichen doch nicht mit der das ist zufrieden was ist das die hälfte durchdurchschnittlich Bratkeks wir müssen die Orks vertreiben passt doch nicht aufgepasst hey mann ist einer du bist einen Level aufgestiegen ja wenn du dumm bist dann doch besser die Intelligenz da hat er da hat er die Blatt in die Blattwahl wer hat der Wettbewerb der Bauer der Bauer der Bauer ich bin ja 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 das sieht gut aus welcher der Bauer und meine Axt meine Botschaft ist die kauft einfach was euch gefällt sie wollten nur Spaß haben war das dann kein Spaß und dann haben sie sich Finger gemacht Und... 99 do not have cards on the wall, 99 do not have cards Take them down, trade them around 99 do not have cards on the wall 99 do not have cards on the wall So an batzen kuchen draus mache ich keine So ne explosion für die Geschmacksnerven Nein, er ist genau Selbstschuld My cutie mark tells me to watch out for the animals for fratterschein but I don't know how to do this and everybody is crazy and Help me Mario Where am I go? Where am I go? Meine Milch kann noch nicht Alles für die Katze und Dreck Ich hab viele Leute Ja, versinkt im Schlammernfreund Ja, komm da, töte den Vordermann 1 zu 0,4 Oh, ja, bei den Stagius Paddemodium Da ist sie Berühmt geworden, meine Stagie Ja, aber hast du nicht gesehen, wenn Affe musste dies? Taktik gibt's hier überhaupt kein einfach nur draufhauen Ja Überfroschkamm Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Ich bring dich um, Tormann, wenn du den jetzt reingelassen hättest Herrgott im Himmel Freut euch schon auf, auf, auf Chester und Klaas F. Leicester Ja, das ist ein Klaas F. Leicester